Wie dieses Trait hat, Johnny. Hä? Das ist auf jeden Fall ein LKB. Ach, wieder die? Ach, die, Mann. Ja, Sarah muss mir einen PBE-Account geben, damit ich... Ich war einmal auf den DPD. Ich hab mich übelst aufgeregt, weil alles gebackt hat. Und dann war ich halt nie wieder. Diesmal. Warum kriegst du die Waffe, also? Ich kann nicht picken. Ich kann nicht picken. Vielleicht, ja. Die Waffe ist ganz gut. Die beste Waffe, die es hier gibt. So viele Nachrichten. Die Welt liebt mich. Mhm. Mhm. I don't think. Boah, wir sind mal laggt, bis es, äh... Moment, ich bin grad AFK an dem Schießen. Bitte Bianca, was jetzt ist. Du bist wahrscheinlich Trader. Ich hab doch grad gesagt, ich hab so viele Nachrichten hier. Wie guckt's? Meine, 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 meine Kollegin will die ganze Zeit wissen, wie das mit Urlaub... Ich bin ja entspannt, ich jetzt okay. Wenn wir uns morgen treffen. Hm. 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 Warum, warum bist du denn so aggro, Trader? Warum bist du so aggro? Weil er die aggressiven ist, mein Gott... So lange nicht mehr. Ach doch. Er ist dir, let's place mit Herz. Mit Herz. Und Gronkh ist ja auch, Gronkh macht Gronkh nach. Du Lurch. Er staunig ist ja, dass es bei mir ein Schimpfwort war. Und Gronkh bezeichnet ja nur die Viecher, als Lurch. Also eigentlich, was gar nicht miteinander zu tun. Ah, kommen wir dann beide noch mal im Kreis. Okay, hier immer um den Baum rum. Wer ist denn Trader? Nieder nicht um den Baum rum. Du, tschüss. Einmal um die ganze Menge. Okay, I'm on my way. Du bist Trader. Nee, ja, du ne. Die eine Fuse. Oh, ne, ich. Du tümpelst. Oh nein, jetzt muss ich aber jetzt Krippe runter. Nee, warte. Hier geht's doch auch. Wo ist Trader Johnny? Trader Johnny. Trader. Buchstabil mal unten, was unten längst steht bei dir. Geno sind. Buchstabil, du Bob. I-N-N-O-C-E-N-T. Buchstabil ist mal rückwärts. Genau, rückwärts. Witzig, Leute. Ganz witzig. Da, Sarah. Hi. Der Heft hinter mir. So ein Lied again. Der Heft hinter mir. Hi. Bei der dritten Runde macht irgendwer von uns den anderen weg. Richtig. Okay. Aber was ist, wenn wir uns gleich nicht mehr treffen? Dann wissen wir, dass einer von uns tot ist und... Oh, na. Das wird dann ganz traurig. Wow. Deshalb. Geht weg. Ich muss ja mein Spielchen spielen. Ich hab keine Zeit. Sarah? Bist du Trader? Sarah, bist du Trader? Sarah? Sarah? Komm zu spät. Meine Hoffnung. Okay, ich komm mal mit. Nein, geh weg Johnny. Das ist ein Einzelchen. Hallo. Tschüss. Bist du euch eh beide kaputt? Das ist jetzt zu viel an der Zeit. Sarah, die rennen aber ganz schön viele Leute her. Die haben furchtvoll, ne? Ja, ja. Bin ich auch. Nee, meine Schießerei empfangen. Still on my way. Ohne guten Grund. Ich hab meine Verfolge abgeschüttelt. Ivianca sniped da oben rum. Ich kann ja gar nicht snipen, weil ich nicht zum snipen hab. Ich wollte nur gucken, wo ihr alle am Tanzen seid. Ich will mit tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Hallo, Palla. Hallo, Palla. Hallo, Sarah. Wo tanzt ihr denn? Ich warte auf den Tag, wo du mir die Kugeln ziehst. Warum soll ich das tun? Ich will nicht mehr in den aussehen. Nein, es ist nicht. Die Musik ist so chillig. Erinnert mich bis an Game of Thrones, die Musik. Ja, ich dachte, du wärst tot. Hallo. Hi. Janka, warum bist du hurt? Weil mich irgendjemand angeschossen hat. Ich hab aber keine Ahnung wer. Bist du nicht runtergefallen? Nein, ich habe AUGH geschrien. Das heißt immer, dass ich angeschossen werde. Ja, aber bist du nicht auch runtergefallen? Nein. Aber hier ist doch noch dein Blut. Wo bist du? Hier ist Biancas Blut. Deswegen, dass ich... Wäre runtergefallen. Wäre runtergefallen. Wäre das auch mal gefallen? Wäre das schon so? Wie kannst du Biancas Blut sehen? An sich? Ja, weil es da liegt. Ja, weil es da liegt. Ist überhaupt schon irgendjemand tot? Johnny? Oh no! Das hat Johnny erwischt. Paddler? Farah? Wo bist du? Ich bin doch hier. Okay. Normalerweise kommt der. Ach ne. Ach man. Egal. Still running around. Sag mal Sarah, wie sicher kannst du mir sagen, dass du es nicht bist? Ich bin nicht sicher. Die Zeit ist ja gleich abgelaufen also. Ich renne einfach hier weiter, meine Worte. Ich bin nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. und habe ein paar Erbrettierungsprobleme, um ehrlich zu sein. Oh, ich bin etwas ab vom Fuß. Bist du da? Ah, du bist da. Guck mal da rennen und rennen dir wieder welche hinterher. Boah wie sneaky! Die können ja jetzt nur ein Dings haben, mit dem Radar. Danke, ich brauch' Helm. Ja, ja, ja. Lucky Shots, würd ich mal sagen. Vor allem die Sarah, die läuft dreimal in meiner Reihe vorbei, aber sieht mich nicht. Richtig Brain-Afghan, nee, nee. Wo lagst du denn? Tut mir leid, Tim. Ich bin dann dann einfach runtergefahren, ich war überhaupt keine Hilfe. Ah, da! Ja, du bist so dreimal vorbeigelaufen. Ich bin ja mitten in den Blumen. Hä, nee. Johnny hat noch so gesagt, Tim. Ja, ich hab sogar Tim noch als erstes gesagt und niemand reagiert. Nee, das hast du dir eingebildet. Jetzt live Johnny. Du hast gesagt, Bianca, Bianca, du sollst mein Geld erben. Und du auch nicht. Doch. Ist schulden ganz erben Johnny. Von Bianca? Ja. Nein. Warum machen wir's wieder? Ja. Ja, ja. Ich glaub wir machen irgendwas falsch. Wir haben dich repressiv nicht verstanden. Johnny. Ja, nee. Wir müssen wahrscheinlich spürt er. Hey, hey, hey. Buchstabe immer N ist er drückt, Johnny. Ganz schnell. Eins, zwei. T-N-E-C-O-N-L-O-I. Was machst du denn? Oder sie kann's einfach. Vielleicht bin ich auch Clou. Vielleicht bin ich auch Clou. Vielleicht, aber... Ah. Hallo? Ein Englisch-Leistungskurs. Warte. 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 Geh weg. ugg von mir, Digga. Geh weg. Geh weg. Warte. Guck mal, jetzt finde ich dich, Johnny. Ich hab was gewusst. Will ich aber nicht. Ich hab so gutes Gefühl, da bist du ja. Ja, 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 ja. Ja, du bist da, genau da. Soll ich dich mal kurz identifizieren? Deine... Ja? Kleine Wappen. Johnny, man sollte sich mit Schwab und Janri legen, dann sei denn das selber einer. da ist eine traderin deswegen ja du hast nur hinterher liebst doch das geräusch von der ich denke mal auf jeden fall schon ich liebe Bist du abgehängt? Da hinten seid ihr alle. Verkackt. Hallo Sarah. Hallo. Ich mag die Map. So wegen der Musik so. Die Musik ist kacke. Gib mir zu. Die Musik macht nicht isig. Was machst du zu hinten? Mikros, was machst du hier? Warum bist du da so und ziehst? Ja, weil ich mich kurz ausruhen musste. Ja, er muss sich vor seiner Wälderschaft. Daniel und Tim hüpfen im Kreis und nach Hause und machen Ringelpizza und anfassen. Ringelpizza und anfassen. Wer ist hier? Wer ist hier? Johnny. Bäm. Bäm. Heddy, 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 Heddy. Hallo, hallo. Johnny, Johnny, Johnny. Und jetzt? Nur noch eins halt. WTF. Wer war denn da? Wer denn da Tim muss? Ja, muss es, ne? Ich glaube Sarah. Komm hier, wir laufen zusammen. Hallo. Okay. Und Johnny. Oh no. Johnny. Ja, boah. Vertraut. Nee. Hallo. Oh. Guck mal, da liegt ein Toter. Hä, warte mal. WTF. Wer war es jetzt gewesen? Also ich habe Sarah getötet, aber ich... Wo ist denn die Leiche von Sarah? Hier hinten, hier hinten. Ja, dann identifizier dich doch einfach mal. Ja, mach du mal. Wie geht das grad irgendwie nicht? Ich drück die... Ich drück die Tassekombination aus. Aha. Wieso? Wieso? Da ist schon mal Töterin. Paddler, bist du's? Nee. Was? Ja, dann... Dann ist es schon. Oh my god. Hä? Hä? Ich paddel. Ach du Paddel, ey. Was? Nee, nee, nee. Johnny, Dulu. Johnny, warum bist du los? Warum schießt du denn auf mich, Johnny? Er hat gesagt, ich hab mir einmal kurz vertraut. Hä? Hä? Wieso? Wieso? Paddler vertrauen ist mein Fehler. Ja, manchmal ist es echt so viel da. Hä, warum schießt du denn auf mich? Ich hab dich... Hat er die falsche Waffe eigentlich für den Töter gehabt? Ich hab doch den Trailer getötet, Johnny. Was ich das wissen? Du hast ja auch Bianca gekillt. Nein, das war ich. Das war Sarah. Ja, ja, ja. Oh, dieses Verständnis. Das war doch meine Trance. Das musst du doch verstehen. Nein. Bei ihm funktioniert irgendwie dieses identifiziente Scheiße. Ja, einfach nur E. Ja, einfach nur E. Ja, einfach nur E. Ja, ich drücke alles. Ich verstehe. Nein, nur E. Nur E. Du musst ranlauern gehen und E drücken. Oh, das muss. Ey, ey, ey. Agh, ey, ey. Me-Dee. Tiduuu. Mach ich nicht. Ich bin der andere. Mh, hmm, hm. Mh, hmm. Na, Timmy boy. Ich glaub nicht, dass ich E.N.O bin. Ok, dann weiß ich nicht, dass ich E.N.O bin. Irgendwie hab ich auch Geschlecht. Oh, Butler aufschließt auf mich. Oh, oh. hab ich da noch nicht mal getroffen aber wer ist nicht so elegant ausgewickelt naja ja macht ihr denn hier für komische dinge wir haben ja immer auf die anderen geschossen mit dem revolver die haben ja aber keinen revolver drauf wer ist hier im karten langer das stimmt der ist es bestimmt das schon wiederum guckt schon so von oben runter Jörg ich gucke einfach ja hier wo sind wir schon wieder wo steht denn hier Heddy 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 Ich komme dir, was machst du denn? Oh, Johnny, ich glaube, er ist es. Ja, Tim ist es, genau. Ich hab euch genau im Blick. Ja gut, du warst ja vor uns nicht. Du kannst ja nur diesmal sein. Hey, was macht das für einen Sinn? Und jetzt, Sarah, ich lebe immer noch. Hä? Schießt du auf uns? Lol, das ist ja episch. Bianca, wir sind alle vier hier. Ich geh mal Bianca wegmachen. Johnny, geh mal von hinter mir weg. Mit dir? Ich versteck mich lieber im Makro. Hilf mir über deiner Töter, Freundin. Bianca? War doch eben hier oben irgendwo. Mikro-Sprache. Ja, war Traitor. Hä? Der schießt doch auf mich. Johnny schießt doch auf mich. Ich muss nicht auf dich schießen. Mich hat der gerade auch eben auf mich geschossen. Ja. Also ganz. Da oben, Sarah. Ja. Ah, drei gegen einen. Findet ihn! Ja, der ist da hinten oben, Sarah. Gewehr aufs Auge! Oh, jetzt hätte ich gerne Turtles, wenn ich's wieder hochschmeißen. Ah. Ich spiel Wade. Ja? Ja, ja. Okay, geh mal vor. Ja, da kann ich's machen. Du hast halt keine für mich zum Waffen. Das war so scheiße. Echt? Ja, das ist einfach nur Rotzwaffen. Nee, bist du echt extrem Mist. Eigentlich. Johnny, was ist eigentlich nicht Mist? Johnny, cry more please. Nicht. Ja, Johnny Dienstag spielen wir wieder LOL. Oh Gott, die kann ja... Können wir ja wieder mal dingsen. Das war zu viele. Spieler sind... Also 30 Spiele mach ich auf jeden Fall in den nächsten drei Tagen dann, ne? Ah, das sind 30 Spiele, das ist ja eh. Aber ich mach so. Sei doch mal so ne Rundfangen. Hey! Ja, aber... Aber... Am... Am Amastag muss ich auf der Fall zur Uni. Die hat jetzt die Farmer ausgeklaut. Die war... Da hab ich ein Praktikum. Nee, nee, nee. Ups. Jekelhaft. Man hat's ja noch ein paar Tage über. Hi. Hi. Mal. Ich guck doch noch die Waffen an. Johnny... Immer ich. Immer eh. Der hier. Traitor und Andy hier am Start. Ich muss eher sagen, der Timbes ist. Oh, ich. 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 Was, was willst du hier? Ich... Guck hier. Die... Die machen die Dinger auf. Und die Bianca hier. Was ist denn für ne Waffe? Zeig mal. Die ist einfach mal gegen die Wand. Ich bleib hier. Warum? Ja, warum nicht? Bianca. Du folgst mich. Die Spälder. Ja. Wenn du mich wegmachst, du siehst weiter. Ja. Mhm. Obacht ihn. Obachtest du ihn auch? Obacht euch beide. Dann gucken wir schießen. Ich würde ja sagen, die Sarah schießen. Ich würd sagen, der Johnny macht den Schreck. Oh Mann, weil er einfach schon jetzt nervös ist. Warum nervös? Aber die hat schon die Schweißperne. Ja, ja. Total. Einfach nervös, Junge. Oh Gott, oh Gott. Der Rest gibt uns hinterher. Was? Aua. Hallo, wer steht denn jetzt? Mach die beiden da. Hallo, hallo. Was? Nein, ist schon. Das ist doch nicht die geeignete Waffe. Ich hab ne andere Waffe. Also was ich noch sagen wollte, als er mich dann weggemacht hat. Zum direkten Paddel als erstes. Echt? Ja. Der ist so nervös. Der passt doch nicht. Der ist so gefährlich. Der Paddel hier. Hab mich schon gewundert, warum du nichts mehr sagst Paddel. Der schaut über die ganze Sacken. Ich hab schon gedacht, Mensch jetzt schwer der Wind läuft. Oh je. Ich hätte übrigens auch gerne personalisiert als Kind. Ich hab das Wort. Dein Befehl. Hätte, hätte. Fuck. Dann nicht. Du bist doch schon bald. Ja. Ich hab das. Hätte. Ich hab das. Schön was? Ich bin auch bockst. Ich hab das. Ich hab da was. Der Winde macht mich depressiv. Mhmm. Stell mal ein, dass wir die ganze Zeit Traitor sind. Also ich bin gerne Traitor. Weiß noch nicht, was die dagegen haben, ey. Ich hab immer so Arzt und Sachen. Ich bin nicht ganz froh, wenn ich inno bin. Warte, was machst du dahinten? Wo ist dahinten? Na, dahinten. Ich bin hier oben. Ich weiß, ich seh dich auch. Bestimmt jemand, hier ist jemand gestorben. Wo denn? Wo ist denn hier? Koordinateneingaben, Johnny, das haben wir doch schon mal gehabt. Ist doch grad jemand gestorben. Aha. Der Timmy Boy ist gestorben, die Sache war's. Wieso? Weil du grad von der Richtung kamst. What the fuck, wie bist du denn? Wir sehen uns gar nicht, Johnny. Ich hab die doch... Ja, ja. Da erzählen. Wo bist du denn, wenn du in deiner Nähe sein willst, eigentlich nicht? Weiß schon ganz genau, wo ich... Ach, okay. Jetzt wollte ich schon runter gehen. Was machst du da? Hi. Oh, falsches. Ich hab die Falte. Weil du auch einen Aimman in deinem Namen hast, deswegen. Ja, toll. Johnny hat grad auch nicht geschossen ohne ohne. Hab da in deiner Nähe geschossen. Da. 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 Gern, warum schießt du auf mich? Identifizier mal, Johnny. Oh. Hier ist kein Trader. Ihr beide seid Trader. Warte. Da, komm raus. Ah! Run for your life! Run for your life! Was sieht aus? Nein. Äh, schmatzt schon die ganze Zeit. Ich darf ja nix sagen dazu. What the fuck? Stopp doch mal! Nice! Ey, die Giegel ist so schlecht hier. Ey, Paddel, ne? Das war halt dein Fehler. Warum hast du denn die Bianca gekillt? Die was... Die ist Traitor, Johnny. Äh? Das gehört zu Power. Nein! Was für ein Ring? Den einen Ring? Einen Ring? Ja, diese Fakes immer. Nee, nee. Ich hab nur vom Regen gesprochen. Ja, aber der Paddler hat doch was von dem Ring gesagt, oder? Ja, von dem scheiß Todesdingen, oder so. Ach, ja. Ich weiß nicht, was der Herr gegen den Herr der Ringer hat. Ja, Bianca, der ist scheiße. Die Gesicht. Irgendwann, die ist tot und dann denkt man, ah, kann ja nur Paddel in Sarah sein. Ja, das ist ja auch so. Oh, Scheiß. Ich hab jemand verlebt. Geil. Oh nein. Nee, die Scheiße. Oh. Oh nein. Ach nein. Oh nein. Hier wird rumgeballert. Ich will weg. Wer ballert hier irgendwo rum? Rumgeballert. Keine Ahnung, aber ich bleib hinter Johnny. Boah. Was willst du denn bei mir, Bianca? Du springst immer in den Börseck-Mode und ich trau dir einfach nicht. Deswegen bleib. Börseck? Never. 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 Warum stehst du mir dann im Weg? Oh nein. Sie sind also angeschaltet. Ich? Nein, Johnny war... Bianca. Ich glaube, jetzt kann sich nicht vorausreden. Bianca, die noch gar nicht identifiziert. Soll sie schon mal safe, würd ich sein. Hallo? Der steht da vor und sagt, warum stehst du mir im Weg und holst danach wieder wegen. Bitte euch. Nein, meine Ahnung. Möh. Hi, Sarah. Kennert hast du, Sarah. Wo bist du denn? Hinter dir. Da oben ist jemand. Sollen wir mal gucken gehen? Oh ja, komm gucken. Es ist padlar. Ich habe Angst. Mir auch. Wievor? Ich hatte Traitor, was weiß. Ja, ja, der hat mit dieser blauen, komischen Ganda auf mich geschossen. Hä? Was geht hier ab? Seid ihr alle komplett zurückgeworden? Was soll ich denn einfach nicht geschossen? Wollen die Bianca ohne Grund schießt die einfach mal auf mich? Ja, ich bin weggeflogen. Hey, ich hab's gar nichts gemacht. Ich hab's wirklich gar nichts. Ja, ja. Wirklich, Vater, ich schwöre, ich schwöre, ich hatte... Was für eine blaue Gun. Wann dann gehst du jetzt schlafen?